Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Counter Strike Global Offensive Wir spielen hier Deathmatch Ja Wir spielen Deathmatch Na komm Au, 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 au Alles klar Hier 5-7 So So passt das Und den weg Warum mach ich überhaupt dieses Let's Play Beziehungsweise warum will ich das hier anfangen Ja, ich will einfach mal was Neues ausprobieren auf meinem Kanal Das ist das Ganze Da wurde ich weggehauen Momentan ist hier das Weihnachtsspecial Let's hear's go Und von hinten Und falls ihr euch fragt, warum das leckt Das leckt wegen meinem Internet Ach komm Ich rede gerade ein bisschen weniger, weil Ich will mich mal ein bisschen konzentrieren Ich hab vorher auch schon mal ein bisschen gespielt Also Ich hab das nicht jetzt erst Seit heute oder so Ich hab mich schon mal so ein bisschen eingespielt in das Spiel Damit ich es nicht gleich komplett ablose Und weg ist er Und da war ich weg Aber Er auch Aber durch jemand anderes Wo ist der da? Alle drauf Au, au Mann, hier drüben Ich geh jetzt hier runter Und Folg ihm Folg dem mal hier Okay Man kommt hier oben wieder raus Und jetzt geh ich hier durch AWP in die Hand 5-7 Da ist er Das war Okay Ich wirf auf nämlich jetzt auch mal mit der AUG hier Oder war ich Äh Au 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 Hä Okay Jetzt war ich komplett Wir nehmen die Scar Und die 5-7 Okay AWP Hat er mich anvisiert Das ist so blöd Wenn du ihn so noch Mal respawnst Der hat mich schneller anvisiert gehabt Mit der GLA Ja Komm Habe ich nicht genug Schaden zugefügt Aber jetzt habe ich ihn Von allen Seiten kommen sie dann Ich nehme jetzt mir die Und die Desert Eagle Johoho Okay Du gehst da rein Ich geh hier lang What Okay hier ist überhaupt keiner Ich geh mir hier unten den Tunnel lang Und hier rechts geht es hoch Und da steht einer Oh Au Den habe ich jetzt so spät gesehen Na Wo ist der jetzt der da war Alles klar Da habe ich ihn gerade noch gesehen Ich weiß nicht Manchmal hast du irgendwie so gute Runden Und die nächsten Runden Verlierst du wieder Hau es hoch dann Komm Zeig dich Komm Komm jetzt habe ich ihn auch voll Im Visier gehabt Ey Och man Gibt es das denn Das ist die P2000 Die will ich nicht Läuft doch wieder einigermaßen Läuft doch wieder einigermaßen Und da hat es geleckt Okay Okay von zwei Seiten Das hätte eh nichts werden können Wir gehen jetzt nochmal hier lang Und Um die Ecke Und da ist jemand So Sniper Und da war er Und da war einer Warte mal steht hier Auf wie viel Im Magazin ist Mann Stopp Wirkung Okay Naja Verstehe ich nicht so richtig P250 Gehen weiter Au 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 Komm her Und da hat es wieder geleckt Ich verstehe das aber nicht Beim Ping ist es bei 40 Normal dürfte es gar nicht so lecken Oder macht mein Oder macht mein PC Irgendwas im Hintergrund gerade Ich weiß es nicht Alles klar So Das war die erste Runde Wir waren sicher Naja Wir hatten schon bessere Runden Einer hängen wir noch hinten dran An die Terror Einheit möchte ich Beitreten Aber ich will das ja Höh Ach Aufwärm fahr so was gerade noch So Ich hätte gern Leg Alles klar Ich würde gerne mal Mich bewegen können Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Hä Okay Okay Ich hätte nichts werden können Ich nehme mir noch mal Habe ich jetzt zwei geholt Nein Ich habe neun geholt Alles klar Gucken P2000 Die ist relativ gut Au Das war jetzt ein Kollege von mir Und da war Oh Da vorne war noch einer So Desert Eagle So Da war einer Ah So Da war er So Mit der AWP Gibt es fünf Punkte dazu Au Von hinten Was macht ihr ständig im Sprachchat ey Ich glaube hier hinten kann Gehen wir nicht rum Weil das da einfach eine Sinnlose Sackgasse wäre Okay Da sitzt jemand in der Ecke Wunderbar Fragt mich nicht warum ich als Dach unter Ware Das ist einfach nur weil mir gerade nichts einfällt Was ich Irgendwie labern könnte Das ist einfach mal so eine richtige Spontane Aufnahme gerade war Ich habe einfach so gedacht Oh komm Nimmst du mal ne Runde Ziehst du auf Und da leckt es gerade wieder Der Sat Eagle Gewechselt AWP Das war irgendwie klar Dass aber da von irgendwas Irgendwas von hinten ankommt Von behind Yeah Ja Lass uns Ja Okay. Die und die. Passt. Zwei geholt. Das passt auch. Auch von hinten. Oh, den hab ich jetzt nicht gesehen. Mit AK-47. Ja, gut. Jetzt gehen wir wieder hier hoch. Mit dem Lag. Jo, Achtung, Verbindungsabbruch. Alles klar. Na, warten wir mal, ob das wieder geht. Gleich. So, jetzt darf's wieder gehen. Ich hoff's mal. Also, Sprachchat geht's schon wieder mal. Aber alles andere wisst ihr's noch nicht. Ja, gut. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, gut. Äh, 10 zu 15 kann man annehmen. Ah, okay. Ah, okay. Wenn euch das Let's Play... Das Let's Play richtig anfangen kann. Denn das ist jetzt nämlich nur so... Testlauf, damit ich weiß, ob ihr das sehen möchtet oder nicht. Und die Tats ist es nicht. Shut off, man. Das nervt, ey. Der Junge. Wow, ich hab's beide geholt. Ja, nice. Okay, AK-47. Okay, AK-47. Und... Ah, will ich mal nachladen. Hey, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Da. Ich muss jetzt schon wieder zwei auf einmal bedienen, ey. Das ging grad wieder nicht. Ich kann ja zwei Personen auf einmal in... ins Visier nehmen. Au, au. Wow. NoScope, ja, Junge. Hallo. Äh, 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 äh. Es leckt wieder. Kann ich mal in irgendeiner auf einmal alles richtig laufen. Ah, okay. Ich kann mich wieder so rumbewegen. Weder kann ich... Ich kann mich nur umsehen. Weder kann ich mich bewegen, noch... schießen. Ah, alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen... Die sollen jetzt mal ihren Klauble halten. Danke fürs Zusehen. Last der Bewertung da. Wie euch das gefällt. Genau, mit Gemütlichkeit. Ähm, sagt mir, ob ihr es weitersehen wollt. Sagt mir, ob ihr es nicht weitersehen wollt. Und macht's gut.